Moin moin ihr Füchse, neuer Sonntag, neues Video. Da ich mir dachte, dass ich mich auf meinem YouTube-Kanal natürlich nicht nur auf Blender beschränken möchte, sondern alles rund um das Thema Game Design bzw. Indie Dev zeigen möchte, zeige ich euch heute einen richtig coolen Effekt, welchen wir zusammen in Unity erstellen werden. Ein Partikel-Effekt und ich möchte gar nicht vorab so viel verraten, es sei denn, du hast es natürlich schon in der Beschreibung oder im Titel gelesen. Allerdings würde ich sagen, werden wir uns jetzt gleich hineinstürzen in das Tutorial. Vorab möchte ich natürlich sagen, wenn du mehr vom Partikel-System in Unity oder direkt allgemein mehr Unity-Tutorials sehen möchtest, dann schreib das jetzt mal unten in die Kommentare, einfach mal jetzt tippern, während du dieses Video schaust. In diesem Sinne würde ich sagen, stürzen wir uns jetzt in Unity und diesmal nicht im Blender, also viel Spaß. So, ich habe mir jetzt in Unity 2019 eine kleine Demo-Scene vorbereitet für dieses Tutorial. Und hier unten habe ich schon das Ring-Image importiert. Das findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Also einfach mal öffnen, dort befindet sich der Download-Link. Oder ihr macht euch das Ganze selber mit Gimp oder Photoshop. Gut, hier bei dem Texture-Type, denkt dran, dass ihr hier noch Sprite macht, damit wir das auch gleich nutzen können. Ihr könnt auch die Compression noch aufeinander machen, die wird wahrscheinlich auf High-Quality bei euch sein. Oder Low-Quality, je nachdem, was da eingestellt ist bei euch. Ich werde auch direkt anfangen, indem ich ein Material erstelle für unser Ring-Image. Und zwar nennen wir das Ganze Ring-Matt einfach. Und hier gehen wir mal auf Legacy-Shader, Particles und auf Alpha-Blended. Und hier ziehen wir erstmal unser Ring-Image rein. Das war erstmal unsere Textur haben, die wir gleich für diesen kleinen Ring-Effekt von dem Regen nutzen werden. Den Regen habe ich auch vorbereitet. Dort gibt es genug Tutorials auf YouTube für. Guckt einfach mal bei Unity Particle System Rain oder irgendwas. Da gibt es wirklich etliche Videos. Und ich habe jetzt auch bloß auf die Schnelle eins erstellt. Das zeige ich euch mal ganz schnell. Es ist wirklich nicht das Beste. Es ist einfach bloß, dass ich das Ganze euch jetzt demonstrieren kann, wie man diesen wunderschönen Effekt hinbekommt für ein atmosphärisches Spiel. Gut, das werde ich jetzt erstmal wieder deaktivieren. Denn wir wollen ja... Oh, ich sehe gerade, ich habe hier noch das Particle System drin. Das lösche ich natürlich raus. Denn wir wollen das ja neu erstellen. Ich hatte das natürlich gemacht, um das Ganze zu testen. Wir gehen auf Effects, Particle System und nennen das Ganze einfach mal unseren Rain-Drop. Ja, nennen wir das Ganze doch Rain-Drop. Gut, anfangen tun wir hier unten am besten mal auf Shape. Hier werden wir das Ganze jetzt mal erstmal kleiner machen. Also den Engel machen wir hier... Den Engel? Alles klar. Den Engel machen wir jetzt auf 0. Und den Radius machen wir auf... Nehmen wir mal 0.01. Das sieht ziemlich gut aus. So, jetzt seht ihr natürlich, dass das ziemlich weird aussieht. Deswegen werden wir jetzt erstmal unser Material hier assignen. Wir gehen hier unten mal auf Material und fügen hier unser Ring-Matt rein. Hier einfach rein. So, jetzt müssen wir natürlich auch noch das Render Alignment... Das Render Alignment ist aktuell auf View. Deswegen sieht das so komisch aus, wenn wir das Ganze jetzt hier auf Local machen. Dann geht das auch nach oben. Genauso wie wir es eigentlich haben wollen. Denn wir wollen es ja hier auf unserem Wasser, quasi Wasser. Ich hatte hier bloß so einen kleinen Plain erstellt. Da möchten wir das Ganze natürlich spawnen lassen. Gut, dann können wir hier erstmal hier oben weitermachen. Und zwar, dass die Position immer gleich bleibt und nicht hier nach oben in die Luft geht. Ändern wir einfach mal die Start Speed hier zu 0. Jetzt sehen wir natürlich unseren Partikel nicht. Das können wir hier einfach mal machen, indem wir einfach mal hier auf... Ja, machen wir erstmal 1. Gut, dann gehen wir hier runter auf die Emission. Und hier bei der Rate Over Time benutzen wir jetzt einfach mal die 2. Ihr könnt auch die 3 nehmen für dieses Tutorial. Werde ich aber die 2 nehmen. Je nachdem, wie viele Drops ihr sozusagen haben wollt. Das können wir uns vielleicht später nochmal angucken. So, dann werden wir uns die Size Over Lifetime aktivieren. Und dann seht ihr hier schon, dass ihr hier schon so ein... Ich weiß gar nicht, wie dieser Effekt heißt, aber dieses Hypnose-Ding quasi bekommt. Und alles, was wir hier machen müssen, ist eigentlich bloß das Ganze aktivieren. Denn die Size Curve hier, die passt schon perfekt. Die geht nämlich von 0 auf 1. Und genau so wollen wir es eigentlich haben. Deswegen einfach bloß aktivieren. Und hier oben bei der Start Lifetime können wir eigentlich auch mal die 5 jetzt einfach mal zu nahe 1. Sieht eigentlich am besten aus. Wir können auch eine 2 machen. Da habt ihr noch einen Ring mehr oder sogar zwei Ringe mehr, wie ich sehe. Ich benutze aber für dieses Tutorial 1, dass ich nur diesen einen Drop habe und dann quasi einmal so rausfadet der andere Drop oder größer wird. Gut, dann können wir hier erstmal die Simulation Speed, dass das Ganze nicht so schnell ist. Das machen wir mal 0.6. Das müssen wir später nochmal gucken bzw. anpassen. Dann bei Color Over Lifetime wollen wir natürlich so einen kleinen transparenten Effekt erzielen. Und das machen wir, indem wir einfach mal den oberen Key anklicken und hier die Alpha runterstellen. Oben ist immer die Alpha, unten ist immer die Farbe. Deswegen hier oben die Alpha auf 0. So sieht das schon ganz nice aus. Ich möchte aber, dass das Ganze noch reinfadet. Deswegen klicke ich hier oben einmal hin und setze mir hier ein Key ungefähr bei 10%. Hier setze ich die Alpha auf Full und mache den Anfang auch nochmal auf 0. Dann habe ich auch noch so einen kleinen Fade direkt am Anfang und dann am Ende. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht, um jetzt unseren Regen spawnen zu lassen. Und zwar werde ich jetzt einmal mein Rain Particle hier wieder aktivieren. Und beim Rain Particle gehen wir hier unten einmal auf, oh ist noch an, gehen wir hier einmal auf Collision. Und bei der Collision wählen wir hier Planes aus. Seid sicher, dass ihr hier Planes ausgewählt habt. Und beim Plane ziehen wir jetzt unseren Water Plane rein. Einfach hier reinziehen und es kann sein, dass ihr hier natürlich noch den Radius anpassen müsst. Also hier bei Skate Plane ändere ich das Ganze jetzt einfach mal auf, machen wir 1, um das Ganze zu testen. Gut, dann habt ihr unten noch einen Bounce. Da kann ich euch kurz zeigen, was passieren würde. Denn wenn wir jetzt hier einmal Play drücken, seht ihr, dass die Regentropfen hin und her wackeln. Ist nicht so schön, denn wir wollen sie ja quasi killen in dem Wasser. Deswegen einfach mal die Bounce auf 0 und dann sterben sie quasi bei der Berührung mit unserem Fake-Wasser jetzt. So, jetzt müssen wir nur noch einen Emitter, einen Sub-Emitter hier assignen. Einfach anklicken und Burst Laster hier ausgewählt. Und dann wählen wir hier unseren Particle aus. Das ist unser Raindrop. Den ziehen wir jetzt hier rein. Dann wird er euch fragen, ob ihr das reparenten wollt. Und das wollen wir natürlich. Das heißt, dass das hier unten als Child quasi assigned wird in unserem Particle. Und bei Inherit, ganz, ganz wichtig, wenn wir nämlich jetzt Play drücken, wird das zwar spawnen, aber wir könnten jetzt zum Beispiel auch noch sagen, hey du, ich möchte nicht, dass du die Size veränderst. Und dann seht, äh, oder ich möchte, dass du die Size veränderst. Ich könnte auch Everything machen hier. Dann seht ihr zum Beispiel gar nichts. Wenn ich jetzt die Size rausnehme, habt ihr das so. Aber ich habe gesehen, bei Nothing war es ziemlich, ziemlich groß. Und wir haben hier ziemlich, ziemlich viele verschwommene Regentropfen. Deswegen wählt ihr einfach mal Everything aus und macht die Size weg. Und dann habt ihr eigentlich schon euren Regentropfen Particle Low Poly Effect, wie auch immer man das nennen möchte. Man sieht es wirklich sehr häufig in atmosphären Spielen. Hier seht ihr das Ganze jetzt nochmal in Vollbild. Sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Wir könnten auch nochmal, ich sehe gerade, wir könnten auch nochmal die, den Simulation Speed zum Beispiel nochmal erhöhen. Ich drücke mal Play. Könnten wir hier nochmal austesten, wie das Ganze mit aussieht, wenn es schnell, oh, das sieht viel, viel besser aus. Auf 2. Zeige ich euch jetzt nochmal. Ich drücke jetzt nochmal Play. Und ihr seht, sobald der Regentropfen das Wasser berührt, gut, der Regentropfen ist jetzt ein bisschen langsam. Aber das ist ungefähr den Effekt, den wir erzielen wollten. Und ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Diesen Effekt könnt ihr prima nutzen in einem atmosphärischen Low Poly Spiel. Also wenn ihr zum Beispiel eine richtig düstere Story erzielen wollt. Oder einfach bloß so einen richtig coolen Regeneffekt haben wollt. Denn das verleiht euren Leveln auf jeden Fall viel, viel mehr Charme, als es vielleicht sowieso schon hat. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich jetzt verabschieden. Wir sehen uns definitiv nächsten Sonntag oder beim nächsten Livestream. In diesem Sinne, macht es gut ihr Füchse. Ciao.